Freunde der Spielkultur und willkommen bei einem kleinen Informationsvideo, warum ist es denn so still um den Dock gerade. Wie euch heute vielleicht aufgefallen ist, kamen gar keine Videos heute. Die letzten Tage ist auch das eine oder andere mal wieder ausgefallen und hier ist die Information, warum das denn letztendlich so war. Denn der Dock fährt wieder ganz alleine. Ja, deshalb war ich auch die letzten beiden Tage relativ wenig online oder auf dem TS anzutreffen, weil ich und meine Partnerin bzw. es war ja manchmal Beziehung, manchmal nicht, haben uns jetzt endgültig getrennt, weil ich ihr die Pistole so gesehen auf die Brust gesetzt habe und gesagt habe, ich kann diese Beziehung nicht mehr alleine tragen. Wer mich schon lange verfolgt, weiß, dass meine Partnerin halt krank ist letztendlich und ich seit letzten Jahres Mai permanent alle zwei Wochen oder auch häufiger immer wieder zu ihr runtergefahren bin, um diese Beziehung irgendwo am Leben zu halten. Jetzt ist natürlich irgendwie Situation eingetroffen, was ich natürlich total super finde, wenn dann so ein Mensch, der irgendwann sagt, ach wir haben uns in die falschen Richtungen entwickelt, das funktioniert so nicht. Die Wahrheit dahinter ist, ich habe ihr gesagt, wenn sie nicht über das lange Mai-Wochenende mal ihren Arsch hochkriegt und was für die Beziehung macht und dann auch mal wieder zu mir kommt, so wie es halt früher der Fall war, bevor letztes Jahr Mai eingetreten ist, ja, dann würde ich eh mich trennen von ihr. Und deshalb ging das jetzt ein bisschen schneller von ihr aus. Was soll man machen? So ist das halt. Wenn jemand keinen Bock hat darauf irgendwie oder dann immer nur so eine Sicherheit braucht in der Hinterhand und dann halt der Puff dafür gut genug ist, dann soll das so sein. Aber dann soll man das nicht unter so einem Tarnmantel stecken, der dann heißt, wir haben uns in andere Richtungen entwickelt. Dann sollte, wenn das immer der Grund wäre für Beziehungsende, dann würde es gar keine Beziehung auf der Welt geben, weil jeder sich sein Leben lang irgendwo hin entwickelt. Ich sage ja auch nicht nach 20 Jahren Ehe irgendwie, ja, pass mal auf, du magst jetzt plötzlich Oliven, die ich nie mag, also die ich nie mag und kann, die ich nie möchte. Und ich mich kotze das an, wenn wir im Kühlschrank liegen. Und deshalb muss ich mich jetzt scheinen lassen von dir, weil du Oliven magst und ich mag keine Oliven. Das ist nämlich genau so ein Blödsinn. Und wenn das als Begründung für sie reicht, ist es okay. Ich muss es so hinnehmen und habe mich deshalb erst mal zwei Jahre, äh, zwei Jahre, sage ich, zwei Tage eingeegelt, um die letzten 18 Monate Revue passieren zu lassen. Es müssten so um die 18 Monate gewesen sein. Muss ich mal überlegen. November vor zwei Jahren. Ja, ja, Pi mal Daumen. Jedenfalls, das ist jetzt rum. Ich akklimatisiere mich jetzt noch übers Wochenende ein bisschen und dann, ähm, geht's weiter. Wo aber letztendlich ich sagen muss, es hat ja auch Vorteile. Äh, der Vorteil ist, ich habe keine langen Strecken mehr. Ich muss mich nicht mehr aufteilen. In irgendwie 8 Millionen, äh, beziehungsweise Wochenende da hocken, Wochenende hier zu Hause, Wochenende da. Dann in der Woche auf jeden Fall so ein gewisses Pensum-Videos schaffen, damit ich dann irgendwie übers Wochenende wegfahren kann, um irgendwo drei Tage zu sein, wo ich überhaupt nichts mache. Und so weiter und so fort. Und diese ganze, diese ganze zielische Belastung durch diese chronische Krankheit, ähm, fällt halt natürlich auch weg. Es ist schon ziemlich hart gewesen insgesamt. Und, ähm, ich versuche halt jetzt wirklich das Positive daraus zu ziehen, dass, ähm, halt dieser Druck, diese Belastung, es ist nicht mehr mein Problem. Es wird bestimmt noch eine lange Zeit dauern. Deshalb waren wir ja auch irgendwie zusammen oder auch nicht noch bis zum Schluss. Und, ähm, sich da wirklich komplett loszueisen und zu sagen, pass auf, das ist nicht mehr mein Problem. Kümmer dich um deine Probleme selbst und hau ab. Weil es ist bestimmt so, dass irgendwann sich jemand dann nochmal melden wird, beziehungsweise sie sich vielleicht nochmal melden wird, wenn sie so merkt, ach, scheiße, der hat mir doch richtig gut getan in Wahrheit. Warum habe ich den damals so vor die Tür gesetzt, so in etwa. Ähm, bis dahin hoffe ich, dass ich so weit bin, dass ich sage, verpiss dich. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also, ich fühle mich auch wirklich überrannt. Ich muss euch sagen, ich war die letzten beiden Tage auch einfach so wütend innerlich und so angespannt und so angepisst von dieser Person. Einfach, wo ich einfach gedacht habe, und das war's? Willst du mich verarschen? Die ewigen Fahrten ins Krankenhaus, die Sorge, dass sie noch morgen lebt, irgendwo und, äh, nicht tot umgefallen ist oder sonst irgendwie Geschichten. Diese ständige, dieser ständige Psychoterror, wo man halt einfach nur eine Antwort von ihr haben will und sich einfach mal drei Tage nicht meldet und so ein Kram. Und jedem, den ich das so erzählt habe, der hat auch gedacht, boah, Proof, du bist einfach zu nett. Du bist einfach zu lieb. Was soll der Scheiß? Ja, aber dann habe ich gestern so einen lustigen Film auch gesehen. Ähm, ich glaube, es hieß ein anderer Morgen oder sowas oder lieber erst mal morgen, wo ein Lehrer in seinem Schüler den Rat gegeben hat, ähm, wir akzeptieren das, was wir glauben zu verdienen. Irgendwie sowas war das. Ähm, und da habe ich dann so gedacht, ja, stimmt. Ich habe wirklich irgendwo gedacht, dass ich die Person verdient habe. Also im Guten wie im Schlechten irgendwo und, ähm, vielleicht sollte ich da mal so ein bisschen von weg kommen und einfach wirklich die Person akzeptieren für mich, die mir auch wirklich gut tut langfristig und nicht die mich, ähm, immer wieder so fordert. Letztendlich. Ich brauche eigentlich eine Partnerin, die ein bisschen lockerer ist, ein bisschen stabiler und ein bisschen so Last von mir abnimmt und nicht mal ich noch mal zusätzlich drauf belastet. Ja, das nur als kleine Information zu euch. Deshalb, äh, auch am Sonntag keine Videos erst mal. Ich, ähm, gucke noch, ob wir morgen Abend den Stream machen können. Sagen wir nachher auch ein bisschen streamen, so ein bisschen locker. Dann kann ich, äh, auch die ein oder andere Frage vielleicht beantworten, die ihr noch habt. Oder das ein oder andere Wort, was ihr an mich richten wollt, könnt ihr dann in den Streamchat schreiben. Ähm, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Man sieht gar nicht so gut, dass ich gar nicht rasiert bin. Oder ich sehe es nur im Vorschaufenster nicht so gut. Ich weiß, viele von euch werden Verständnis haben dafür, ähm, weil ihr seid einfach eine der besten Communities, die man sich wünschen kann auf YouTube. Ihr seid immer super nett zu mir gewesen, in allen Fällen, die, ähm, wenn man was war, Privates oder so weiter, hab mich immer gesagt, wird schon, packst du schon. Und auch, und auch so, jetzt in diesem Fall, denke ich mal, werdet ihr voll und ganz hinter mir stehen. Und dann werden wir auch ab nächste Woche wieder ganz normal durchstarten. Und ich hab natürlich jetzt auch mehr Freizeit für euch letztendlich. Und in dem Sinne sag ich erstmal Tschöle und freut euch auf den 1. Mai, denn dann geht's auch mal wieder richtig los. Bis dahin, Tschöle. Wie oft hab ich jetzt eigentlich Tschöle gesagt? Viel zu oft. Wie oft. Vielen Dank.